Was sind die besten Möglichkeiten, um Muskeln zu entspannen? Es gibt viele Möglichkeiten, die Muskeln zu entspannen, und die besten Möglichkeiten sind offen für Diskussionen. Eine der gebräuchlichsten Methoden ist eine Reihe von Übungen, die als progressive Muskelentspannung bezeichnet werden. Dabei konzentriert sich der Patient darauf, jeden Muskel separat zu entspannen. Andere übliche Methoden sind körperliche Betätigung, mentale Techniken und die Verwendung von warmem Wasser in einem Bad oder Whirlpool. Manche Menschen sind sogar auf Medikamente angewiesen, insbesondere wenn die Muskeln verletzt sind oder starke Schmerzen verursachen. Die progressive Muskelentspannung ist eine der empfohlenen Methoden zur Muskelentspannung. Sie lehrt den Patienten, die Muskelspannung stärker zu berücksichtigen. Wenn Menschen diese Methode anwenden, konzentrieren sie sich in der Regel darauf, zuerst jeden Muskel zu beugen, sodass die Spannung wahrgenommen wird. Dann konzentriert sich die Person auf die Entspannung der Spannung. Normalerweise werden die Teilnehmer dieser Übung nacheinander durchlaufen und sich dabei auf verschiedene Muskelgruppen konzentrieren, bis sie alle völlig entspannt sind. Manche Leute machen auch gerne den Übungen, um die Muskeln zu entspannen. Dehnübungen können möglicherweise einen ähnlichen Effekt auf die progressive Muskelentspannung haben, und viele Menschen glauben, dass Dehnübungen dazu beitragen, Verspannungen abzubauen, indem sie die Steifheit reduzieren und Blut durch die Muskeln fließen lassen. Es ist im Allgemeinen auch richtig, dass Muskeln, wenn sie müde werden, dazu neigen, sich von alleine zu entspannen, und dass manche Menschen in ihrem täglichen Leben möglicherweise nicht aktiv genug sind, um diesen Effekt zu erzielen. Jede Art von Übung könnte in dieser Hinsicht hilfreich sein, und die meisten Übungen erhöhen die Durchblutung der Muskeln, was ebenfalls hilfreich sein kann. Bei manchen Menschen kann der Versuch, die Muskeln zu entspannen, parallel dazu beitragen, den Geist zu entspannen und die Emotionen zu beruhigen. Menschen werden möglicherweise nervös oder verärgert über Dinge, die in ihrem Leben vor sich gehen, und sie erkennen möglicherweise nicht, dass diese Gefühle auch Spannungen in ihrem Körper verursachen. Manche Menschen verlassen sich auf Mediation oder andere mentale Entspannungsübungen, um ihren ganzen Körper zu entspannen, wenn diese Probleme auftreten, und viele Meditationsroutinen beinhalten bewusste körperliche Entspannung als wesentlichen Bestandteil des Prozesses. Wasser ist allgemein bekannt für seine Fähigkeit, Muskeln zu entspannen, insbesondere warmes Wasser. Viele Menschen nehmen gerne ein heißes Bad, wenn sie sich angespannt fühlen, und andere gehen weiter und nutzen eine Sauna mit fließendem Wasser. Eine warme Dusche kann viele der gleichen Auswirkungen haben, obwohl die Person normalerweise in der Dusche steht, was die Entspannung in gewissem Maße einschränken kann. Wenn jemand an einer Muskelverletzung leidet, verschreiben Ärzte gelegentlich muskelrelaxierende Medikamente, um Schmerzen zu vermeiden. Zu diesem Zweck gibt es viele verschiedene Arten von Medikamenten, von denen einige eher mild und einige viel wirksamer sind. Diese Methode der Muskelentspannung ist für den täglichen Gebrauch nicht unbedingt praktikabel, da die Medikamente häufig langfristige Nebenwirkungen haben. In einigen Fällen können Ärzte diese Medikamente auch als Schlafmittel verschreiben, die Nebenwirkungen können jedoch weiterhin Anlass zur Sorge geben.